Herzlich willkommen, liebe Waage, zu deiner kurzen Tarot-Wochenbotschaft. Ich schaue heute schon für dich auf die nächste Woche, 26. August bis 1. September. Und ich mische erstmal locker in der Hand. Schauen wir mal, was da auf dich zukommt, was wir da sehen dürfen. Oh, okay. Okay, ich würde sagen, ganz, ganz vorsichtig, liebe Waage. Da ist jemand, der versucht, dich ein Stück weit zu manipulieren. Und da ist auch jemand, bei dem du wirklich, wirklich vorsichtig sein solltest. Du guckst aber leider in eine andere Richtung. Das ist das Problem. Du guckst sehr in die Vergangenheit. So, jetzt machen wir mal weiter hier. Was ist hier los? Oh Gott. Okay, Waage, wir haben hier, okay. Es ist auf der einen Seite das, auf der anderen Seite das. Das ist spannend. Okay, wir haben jemanden, der dich manipulieren möchte, beziehungsweise der dir vielleicht auch in der Vergangenheit böse mitgespielt hat. Das ist keine einfache Energie. Ich habe immer bei dieser Karte das Gefühl, wie so ein angeschossenes Tier, was schon mal was Schlechtes erlebt hat. Zusätzlich habe ich hier jemanden, der dir versucht, irgendwie Honig ums Maul zu schmieren. Jemand, der sagt, ach komm, liebe Waage, so schlimm war das doch nicht. Und das Interessante ist aber, dass du mit dieser Erfahrung, auch wenn sie schmerzhaft war, auch wenn sie unangenehm war, kannst du hier hervorragend arbeiten. Ritter der Münze ist immer so eine Arbeitsenergie. Ich nehme mein eigenes Glück in die Hand und ich wende mich vielleicht auch bewusst ab von einer Person, die mir mal böse mitgespielt hat. Dann kommen wir hier zum Hierophanten und zu den vier der Stäbe. Das Ding ist, ich muss einmal kurz vorweg sagen, das hier ist eine Arbeitsaufforderung. Wenn ihr diese Arbeitsaufforderung aber sein lasst und sagt, oh, das betrifft mich nicht oder ich traue mich nicht, dann wird der Rest nicht passieren. Dann bleibt ihr halt in dieser Energie drin. Dann ist es weiterhin sehr versperrt. Ihr lasst euch weiter manipulieren. Es geht hier tatsächlich darum, Dinge ein Stück weit aufzuarbeiten für sich selber und dann die logischen Konsequenzen rauszuziehen. Und dann habe ich eine tolle Energie. Der Hierophant gepaart mit den vier der Stäbe. Das ist eine Energie von nach Hause kommen, dass man bedingungslos Menschen vertrauen kann, dass es hier einfach auch wahnsinnig, wahnsinnig schön ist. Es geht so ein bisschen in der gesamten Legung stückweit ums Aussortieren beziehungsweise die eigenen Erkenntnisse finden und dann sich den Menschen zuwenden, denen man vertrauen kann und bei denen man immer das Gefühl hat, dass man zu Hause ist beziehungsweise die einen wirklich so mit offenen Armen begrüßen und sagen, hier an der Stelle wird es dir an nichts mangeln, solange ich an deiner Seite bin. Ja, ganz, ganz wichtig. So, ich schließe diese Legung. Ich gucke nochmal einmal unter das Kartendeck. Ja, guck da, guck da, wenn du in dieser Energie drin bleibst. Neun der Stäbe, neun der Schwerter. Kummer durch weinte Nächte. So, okay. Was ihr mit dieser Kartenlegung anfangt, dürft ihr wieder ganz alleine entscheiden. Ich bedanke mich an dieser Stelle und ja, lasst gerne ein Herzchen oder ein Like da, wenn euch die Legung gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.